da geht's musst du ja mir wird immer noch du lässt meine handels galären in ruhe schiffe bewegen sich zehn prozent schneller könnte uns bei dem ganzen handeln was ich vor habe ja sogar helfen dann brauche ich aber gleich eine uni wir können nicht in die imperialzeit wenn ich gar keine uni bauen oder doch schon in der kann die anscheinend schon dabei sind die schnell 61 gold nach bad dadurch an wie schnell die sich bewegen und immer bringen sie 61 gold warum habe ich da eigentlich einen markt da hinten marktplatz gebaut wahrscheinlich um hier mit zu traden und dann vergessen dass es von meinem marktplatz ist so genau ja ich kann nicht jetzt zerstören die mein lager augen arbeiten schneller nehmt meine ist immer noch nicht so ganz schnell wie bei den äthiopiern waren es äthiopier ich hoffe okay dann höre ich jetzt auf handelsschiffe zu bauen fokussiere mich auf eine armee und ich kann die ganzen gold arbeiter irgendwann in leben in nahrung produktion umwandeln mal 5k leeren so wo ist mein könig hier ist mein könig du bleibst zurück während die anderen kämpfen okay ich glaube 120 ist die maximale bevölkerung alle truppen raus habe irgendwie das gefühl dass man das schon fast mit den geschenkten truppen hinkriegen kann darling und wünschen Proper кон speziell las essen Wir sind ein bisschen am Ruhmwagen da. Ich bin ein bisschen am Ruhmwagen da. das war's mit meiner burg da die burg war vielleicht nicht die beste idee gebe ich ja zu ich habe mir auf die ganze zeit verstärkungen zu schicken meine güte lasst mich doch selbst entscheiden wie ich meine armee aufbauen will was da 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 Ah. Nein, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich glaube, ich brauche die nicht. Okay. 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 Hmm. Okay. 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 Yes. wer hat die mönche auf einem esel die spanien ich glaube die spanier wenn sie ein bisschen schneller als sonst für mich sieht es so aus als müsste ich etwas beim ritter glaube ich die beste einheit die ich machen kann ich das holz dazu habe ich nicht das holz dazu war abonnen wana abonnen abonnen Solange keine Kanonenschiffe ankommen. Ach wir brauchen... Ich... Die brauchen... die kamele brauchen dings deswegen haben wir als probleme gehabt warum auch immer ich gedacht habe dass sie kein holz brauchen macht keinen sinn ok ja da sind noch ein haufen gelehrt deswegen habe ich das hier platziert so betolz das kann ich weg machen so das kann ich weg machen verschwindet nur hier mal ein bisschen holz holz noch mehr holz und noch mehr holz 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 und noch mehr holz hört sich doch gut an warum kann ich nicht wie jetzt kann ich wie es wird die falsche taste gedrückt okay dann mache ich noch einmal eine aufnahme pause beim nächsten mal gehen wir da hoffentlich durch ja okay ist gleich bis morgen bis irgendwann ciao